Hallo Leute, willkommen zu meinem Video. Heute machen wir ein ganz schönes Video. Heute machen wir ein ganz schönes Video, denn heute machen wir also Donuts. Und ja, also wir zeigen euch auch, wie die Donuts gehen und so. Und ja, also fangen wir an. Okay Leute, erstmal machen wir jetzt ein bisschen mehr darin. Und dann noch, also drei Eier dann noch dazu. Machen wir dann drei Eier dazu. Aber wenn ihr es also groß macht, dann könnt ihr also viel, glaube ich, viel Eier noch dazu machen. Also wenn ihr also ganz, ganz viele Donuts macht. Und danach, die drei Eier macht die jetzt zur Kalabrinne. Macht besser nicht so viel im Zucker, danke, ne? Sonst ist es zu süß und sonst schmeckt es also nicht so lecker. Sonst ist es zu süß und dann noch die andere Sachen, macht die dazu, dann ist es echt zu süß. Also nicht so viel Zucker. Er macht dann ein bisschen, ein bisschen Salz da drin, aber nicht so viel, nur ein bisschen. Let's also too much. Und dann macht man ein bisschen Hafe da drin mit, ähm, Wasser noch dazu. Und dann noch ein bisschen Wasser. Hefe. Und dann Milch. Und dann also rührt es, rührt es, oder habt ihr so eine, also so eine Maschine, dass ihr es also, also rühren könnt. Okay, Leute, also jetzt macht ihr ein bisschen Vanillezucker da drin, aber nicht so viel, weil ihr jetzt schon Zucker da drin gemacht habt. Und dann, wenn es also jetzt immer noch ein bisschen klebt, dann macht ihr ein bisschen Mehl da drin. Und dann noch geht, also, also knetet ihr es also mit seine, also eure Hände, also. Solange das also jetzt, also so eine Form ist, also so eine Form. Und dann lässt die so 30 Minuten oder, ja 30 Minuten oder eine Stunde. Und dann könnt ihr, also Schokolade oder so schmilzen. Also wir nehmen jetzt diese Schokolade. Also Erdnissschokolade, glaube ich. Ja, Erdnissschokolade. Nehmen wir jetzt. Und wir haben noch ganz, ganz viele Sachen noch. Beane, White und so. Und ja, also. Okay, Leute, dann nehmt ihr also Vanilleschokolade. Oder normale Schokolade, irgendeine Schokolade, also ihr wollt. Also wir nehmen jetzt Vanilleschokolade. Und ja, also. Und dann lässt ihr es ein bisschen, also zu schmilzen. Und dann, wenn die andere Schokolade fertig ist, dann könnt ihr es schon, also, rausmachen. Okay, Leute, dann, wenn die Schokolade fertig ist, dann könnt ihr es also in, also irgendeinen, ähm, Teller machen oder so. Und dann könnt ihr also ein paar Sachen kaufen, was ihr, also, wollt und es da oben machen. Vielleicht, ja, schreuseln. Und dann ist schon den Teig fertig. Dann schneidet ihr den Teig, wenn, ähm, dann ist es jetzt auch nicht so groß. Und dann macht ihr einen Teig da drin wieder in die, also in den, in den Topf. Und, ja, also, dann knetet ihr es und dann breitet ihr es aus. Und dann, dann, wenn ihr eine Donutsform, wenn ihr eine Donutsform hat, dann könnt ihr es also benutzen. Und dann, bevor das hier, das hier drauf macht, dann macht noch ein bisschen Mehl dazu. Also, also auf dem Blech und dann, wenn ihr eine Donutsform hat, dann ist es echt gut. Aber wir haben keinen, deswegen benutzen wir, also einen Becher und, also einen Deckel. Und, ja, dann breitet ihr es ein bisschen aus und dann könnt ihr schon loslegen, das also zu machen. Und, so, also, jetzt, also fangen wir jetzt an, das also die Donuts zu machen. Und, ja, also, wenn ihr, wenn ihr also die Schokolade also schmilzen wollt, die anderen Schokoladen macht ihr einfach, also in, also in den, wie heißt es nochmal, also ihr könnt irgendwie schmilzen. Und dann nimmt ihr einen Becher, also wir benutzen jetzt einen Becher und machen ein paar, also Formen dazu, so eine, so eine Becherform. Macht ihr es überall nochmal. Und, ja. Und dann nimmt ihr den Deckel und macht es in der Mitte und dann könnt ihr den Deckel schon rausnehmen. Und dann so sollte es eigentlich aussehen. Also ihr müsst jetzt auch nicht perfekt machen, also, ja, also ihr müsst auch nicht perfekt machen. Also ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Es muss auch nicht perfekt sein. Und, ja. Und dann macht ihr so viele, dass also den Teig, also das überall schon, also kein Platz mehr ist. Dann, wenn es fertig ist, dann knet ihr es nochmal. Und, ja, also so sieht es jetzt aus. Macht ihr ein Taschenduch darüber, überall noch. Und dann lässt ihr es ein bisschen, also abkühlen. Und dann, dann knetet ihr das andere und macht es dann nochmal so. So soll es dann aussehen, wenn ihr also den Taschenduch darauf gemacht habt. Und dann nehmt ihr schon also eure Sachen, wo ihr also Donuts also schön machen könnt. Also ihr müsst ihr nicht schön machen. Ihr könnt auch nur Schokolade oder irgendwas drauf machen, was ihr wollt. Und, ja, wir haben da ein paar Nüsse benutzt. Also ein paar Nüsse haben wir dann benutzt. Und, ja, also so sehen jetzt die Donuts aus. Und dann, hier sind die ganzen Schokolade, haben wir ein bisschen gefärbt. Und, ja, also wir haben also Kokos-Sachen geholt. Und noch Schreuseln und ein paar Nüsse, wie ich davor gesagt habe. Noch Birner-White. Ihr könnt noch Birner-White nehmen. Irgendwas und noch, ähm, also diese Sachen. Und, ja, so sehen jetzt aus. Ihr müsst, also, ihr könnt es in, also irgendwo heißes kochen. Irgendwo. Also, wir haben es jetzt, also jetzt schön gemacht, ein bisschen, dass es also schön aussieht. Aber ihr müsst also jetzt nicht, also ihr müsst jetzt diese Sachen, ähm, nicht, ihr müsst jetzt nicht die Sachen drauf machen. Wir machen es einfach so, dass es also ein bisschen schön aussieht. Haben wir also schon das erste jetzt schon gemacht. Und dann macht dies schon weiter und weiter, also bis, also die ganzen Sachen fertig sind und bis ihr keine Donuts mehr habt. Die Resten Sachen könnt ihr, ähm, also, ähm, aufheben für irgendwas anderes oder ihr esst es einfach oder ihr lasst es vielleicht bis später oder für morgen. Und, ja. Und wir haben jetzt also ein paar Schreusen auf die Donuts gemacht, wie ihr gerade eben sehen könnt. Und, ja, also so sieht es jetzt schon mal aus, die vier. Und jetzt macht dies einfach weiter und weiter. Okay, Leute, also so sehen jetzt die Donuts aus. Also, hier gibt es auch ein paar ohne, ähm, also Sachen. Und hier gibt es ein paar, also mit, ähm, also durch Molzen und Schokolade und Schreuseln und so. Und ganz, ganz viele Sachen. Mit Beane White und so. Ganz, ganz viele Sachen. Und, ja, also es sieht echt lecker aus, also probiere ich schon mal eins. Also, warte. Also, boah, das ist auch richtig weich. So sieht es von innen aus, Leute. Also, so. Ganz, ganz weich ist es. Und, ja, also lass uns probieren. Es schmeckt so lecker. Es schmeckt richtig lecker. Boah. Die habe ich so oft gegessen, weil sie... Also, die gehen auch ein bisschen schwer. Es gibt auch andere Sorten. Hier, wie ihr seht. Aber die, ich finde, die sind meine Lieblings. Oh, die. Die sind meine Lieblings. Und die schmecken noch richtig lecker. Also, ja, also die schmecken richtig lecker. Und, wenn ihr auch diese Donuts wollt, also wenn ihr eine Feier habt oder so, dann schreibt mal unten bei den Kommentaren, also, woher, also die Feier ist und so. Dann können wir die also da backen. Wegen die sind richtig lecker. Wir können also in den Brotstag feiern, also irgendwo Feier backen. Und, ja, also diese Donuts können wir dann backen. Ihr müsst nur also die Sachen kaufen. Und irgendwas könnt ihr kaufen, dass wir es dann richtig schnell machen können. Und, ja, also das war's schon mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ich hoffe, jetzt mal zu abonnieren, zu liken und zu kommentieren. Peace.